Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einer Wettshow, die noch keinen Namen hat. Erheißen könnt ihr uns über unsere E-Mail-Adresse www.intershow.gmx.de Naja, und da könnt ihr uns auch E-Mails schreiben. Naja, natürlich haben wir auch eine eigene Webseite. Naja, und wenn ihr wissen wollt, wie ich heiße, dann sag ich jetzt einfach. Naja, ihr gebt www.intershow.gmx.de Und dann kommt ihr schon auf unsere Homepage und könnt jede Menge, noch nicht jede Menge, viel Schicksal hin. Zum Beispiel ein Gästebuch, wo ihr reinschreiben könnt. Eine Umfrage, die ihr unsere Homepage findet. Und etwas über uns. Ein Gästebuch. Und dann haben wir noch einen riesigen Aufspruch zu starten. Wir brauchen euch, um einen perfekten Namen für unsere Webseite zu finden. Also, ich hoffe euch erklärt, wie das mir in den Gästebuch geht. Aber ich erkläre es euch ruhig nochmal. Naja, ihr geht auf www.oyla.de Und dann kommt ihr auf unsere Homepage. Und dann klickt ihr dort auf Gästebuch. Ja, und dann steht da schon auch, was ihr machen sollt. Eingeben sollt. Ja. Und dann könnt ihr uns unseren schrägsten Namen oder irgendwelchen größten Zahler. Ja. Ja. Und natürlich wollen wir auch noch einen zweiten Aufbruch starten. Wir suchen Videos. Die schrägsten überhaupt. Übelst coole. Naja, egal. Auf jeden Fall schickt die vielleicht, wenn es geht, an www.intershow.sgmx.de Ja. Und wenn es nicht geht, dann schreibt uns eine E-Mail. Wir versuchen das alles schnellstmöglich einzurichten, damit ihr eure Videos sehen könnt. Jede Woche stellen wir natürlich neue Videos rein, damit ihr auch sehen könnt, was so abläuft. Eine Show. Wir machen eine Show. Wir machen eine Show. Also eine Show. Ja. Und natürlich werden wir auch eine Show aufmachen und unsere Show natürlich aufnehmen. Wir sind jeden Samstag. Nicht vielleicht, aber wir machen ein Video und stellen es dann rein, sodass ihr Zuschauer euch das dann anschauen könnt. Naja. Mehr davon gibt eigentlich auch gar nichts zu sagen. So. Das war dann also unser kleiner Aufruf über unsere Webschule, die keinen Namen hat. Ich bin Toni und ich wünsche euch noch viel Spaß.